Smart City München. Was bedeutet das? Unter dem Begriff werden in verschiedenen Projekten innovative Ideen und Lösungen für die Stadt München entwickelt, die uns allen im Alltag zugutekommen. Das können Mobilitätsangebote sein, wie zum Beispiel die neuen Mobilitätsstationen mit Sharing-Angeboten zu Elektrofahrrädern und E-Autos sowie einer klimatisierten Quartiersbox zum Warenaustausch. Aber auch Energielösungen wie ein virtuelles Kraftwerk und energetische Gebäudesanierung oder Infrastrukturlösungen wie der intelligente Lichtmast. Dieser spendet nicht nur Licht, sondern bietet kostenloses WLAN und Platz für Sensoren zur Messung von Umwelt- und Verkehrsdaten. Bei all diesen Lösungen ist die Prämisse immer, der Mensch steht im Mittelpunkt. Oder anders gesagt, die Technologie muss dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Um das zu garantieren, werden Smart City Lösungen nie ausschließlich von der IT entwickelt, sondern immer gemeinsam in interdisziplinären Teams und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. In Workshops oder bei unseren regelmäßigen Barcamps erarbeiten wir zusammen mit Münchnerinnen und Münchnern, was sie sich für ihre Stadt wünschen und was sie ablehnen. Daraus werden Prototypen entwickelt und in der Stadt in sogenannten Reallaboren getestet und bewertet. Transparenz und Datenschutz werden dabei natürlich großgeschrieben. So entstehen smarte Lösungen in allen Bereichen, die für die Bevölkerung und das Leben in München wirklichen Mehrwert bieten. Möchten Sie mehr über die Smart City München erfahren? Dann informieren Sie sich unter www.münchen.digital. www.münchen.de www.münchen.de